ich sehe da auch niemanden der einen hin transportiert ok dann halten ans koppeln schiff ein troll würde ich ungern runter schmeißen den koppeln so wieder runter gucken ich will nicht verpassen dass die bestie uns irgendwann angreift die hat immer noch da unten kommt weiter jetzt mal die tür hier mal zu die türen sind weg ich wollte gerade die tür zu machen aber das keine tür mehr und hier auch nicht das sollten wir uns merken die türen machen wir auch mal zu ich hoffe mal dass dauert eine weile bis die kaputt geht und ich hoffe mal dass irgendeiner koppelstürz überlebt sonst wäre das albern wird sie die bestie auch wundern hängt einfach so in dem kleinen raum ab und der kleine raum der vollkommen über über mit blut und der haben geschmiert ist und neben ihr plumpst immer wieder goblins runter unsere milize bestimmt tierisch denke ich inzwischen warum blingst du so komisch und wie jetzt sonst so zustand ja quite content sondern ok was müssen die aushalten ist eine ausnahme die tür ist kaputt da sind die nummer eins ist kaputt pause ist koppeln schon runtergeworfen worden schiff p kann es sein dass der bereich hier gar nicht zum büro gehört doch gehört die käfige oben eigentlich auch oder der käfig mit dem koppeln ist unten der wurde es einer der neuen eingefangenen na gut kann ich das halt nicht testen dann halt jetzt ins eingemachte eine elfenkarawane trifft ein sup moment mal das ist schön das ist genial stop pause brücke runter brücke ist unten das heißt die elfenkarawane kann nur unten rum rein so f2 nach unten springen wir gehen nach oben es schiff da du hast jetzt den befehl hier deponiert zu werden äh stationiert zu werden so unseren zweiten trupp lösen wieder auf die die jungs ziehen sich zurück alle türen werden zugemacht dann gucken wir doch mal ob die karawane sich immer noch in die richtige richtung bewegt sollte sie sich nicht in richtung uns sofort bewegen so die tür soll offen sein sollte die karawane sich nicht unsere richtung bewegen dann erlauben wir die türen alle wieder und hoffen einfach dass die karawane schneller ist als die bestie und dann holt die karawane irgendwann die bestie ein die prügeln sich das wäre doch mal schön zuzugucken so karawane einheitenliste andere händler suchen da oben ist der händler der händler bewegt sich nicht okay f2 alle türen auf die tür noch auf die tür war schon auf so jetzt müssen alle türen offen sein was ist mit der match cover das ding da hinten das ist klick muss verboten du bist jetzt nicht mehr verboten wir willst die karawane ja die karawane bewegt sich sehr schön 123 jahr reicht schon so stopp zurück zu unserem gang nach oben was macht das ding das ding steht noch sehr gut kommt er nein die elf ist noch gleich da warum läufst du jetzt los okay hängt jetzt erstmal hier fest und schlägt wahrscheinlich gerade gegen die tür ein das sieht man nur nicht dass mich erstmal von den ganzen goblin leichen steigt schon nach oben ja also wie es aussieht werden die elfen das ding gleich erreichen wenn sie nicht von diesem raum des todes abgeschreckt werden und dann gibt es eine elfen keilerei und ich denke mal die bestie wird gewinnen aber vielleicht wird sie dadurch ein bisschen geschwächt selbst wenn nicht gibt es weniger elfen das ist ja schon mal oh oh warum bleibst du mal zwei felder oder besser ein feld vor der tür stehen also ich bin mir ziemlich sicher dass er jetzt trotzdem die tür zerstört aber warum macht das von so weit weg spuckte jetzt dagegen komisch müssen definitiv jede menge neue türen bauen später und ich hoffe mal die spucke bleibt nicht auf dem boden liegen und ist immer noch tödlich weil sowas kann auch passieren es gibt doch vergessene bestien die haben so eine art pulver in ihrem körper und überall wo sie lang laufen verteilen sie das pulver und sobald irgendein sobald irgendein zwerg in kontakt kommt mit dem pulver stirbt er das ist nicht gut tadaa ja sehr schön da war grad schon eine tödliche spucke ne der boden sieht da so komisch aus wahrscheinlich nur aufgewühlt komm schon du willst elfen töten was machst du da und die elfen fliehen ne ja soviel dazu dass elfen nicht gierig sind die wollen unbedingt handel treiben jetzt sehen wir nichts mehr seid ihr hier oben oh ja na komm na komm du willst elfenfleisch oh sieht nicht gut aus für unsere bestie ähm ich meine das sieht sehr gut aus für die elfen naja doch kein schaden bekommen die hat grad so komisch geblinkt und ein esel stürmt drauf los warte mal ja ein esel ist am kämpfen ein esel steht auf die spinning forgotten beast gefrorene extrakte achso das sind wohl die art kiefern oder so treffen den esel aber der esel schminkt dabei ach nee der esel schlägt auf das beast ein aber das beast springt weg das ist nicht gut nö esel hat keine chance nee das wäre doch episch gewesen wenn der esel das ding verdroschen hätte so elf ist auch schon tot woran ist der elf gestorben ist ohnmächtig geworden und ist irgendein gegenstand geschleudert worden aber seht nichts wenn der tot wäre was hast du denn da die vergessene bestie atmet ein glopp also ein schleimklumpen von vergessenen bestien extrakt aus und greift den esel an warum steht da nichts über den toten elfen wer ist der ja nur ohnmächtig das sieht mir ziemlich tot aus definitiv tot unsere jungen stehen da hinten und haben nichts zu tun so esel ist tot bestie kämpft weiter irgendeinen kratzer bekommen nein was machen die anderen händler ich sehe sie nicht das heißt entweder sind sie da am miasma drin was ich irgendwie bezweifle ja sie sind nicht drin aber jede menge zeug ist hier drin also später ganz viele türen bauen alles hier drin claim und ganz lange putzen so was machen wir jetzt also die elfen haben es nicht gebracht ein elf hat sich wacker dagegen gestürzt und ein esel aber die haben keinen kratzer verursacht es war nicht ganz so episch wie ich dachte eigentlich dachte die hätten auch noch Wachen dabei oder so aber anscheinend nicht wo ist der Rest hinten die sind in Pfeilen getappt oh hier sind auch jede menge wo sind die jetzt hin C da sind sie laufen sie in Richtung unserer Basis oder laufen sie zurück laufen raus ja ok die haben jetzt genug die werden nicht mehr versuchen unsere Basis zu kommen und einfach nur fliehen eventuell kommen sie noch nächstes Jahr nicht wieder aber da müsste eigentlich mehr passieren gut das heißt wir müssen das Ding jetzt angreifen warten wir erst mal was die Waffenfallende machen aber wenn er in die Kiefigfallen nicht reintapst wird er in die Waffenfallen auch nicht reintapsen die Türen sind schon offen aber er kann trotzdem nicht durch ich würde gerne Türen manuell öffnen können ich glaube das geht auch wenn wir jetzt hier was kommt denn jetzt ein Dieb ja schön kann ich mit leben und der Elfer prügelt den Dieb alles ist voll Blut ja also man könnte das auch machen mit den Türen dazu müssen wir das Ganze nur mit dem Schalter verbinden aber es ist jetzt zu spät so was zur Hölle machst du Golle er macht sich selber sauber das ist sehr schön Golle dass du dich waschen willst gerade als Zwerg aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür äh Kuh verbieten die Tür ist zu Golle geh da weg sehr gut so brech die Tür auf lauf in die Waffenfalle lauf in die Waffenfalle lauf in die dadurch genau davor stehen gut das Ding verprügelt jetzt die Tür wird danach entweder in die Waffenfalle laufen oder direkt zu unseren Milizionären die sollten wir ein bisschen näher heranstellen um nicht zu sagen direkt da hinstellen die Tür aber sich jetzt aber mal abschließen dass sie nicht aus Versehen selber das aufmachen Golle das ist jetzt doof machen wir das gleiche wie bei Tami auch nochmal wir machen einen Trupp nur aus Golle wo auch immer Golle ist ich glaube er ist einer von den relativ neun ne da ist er schon so ist sogar ein Hammerzwerg so S-Shift-B du stellst dich bitte da unten hin hoffen wir mal es war nicht zu spät er will sich trotzdem waschen und das Biest ignoriert ihn okay also Golle ignoriert Befehle geht lieber der Körperhygiene nach und kann anscheinend sehr gut schleichen sehr schön Golle so jetzt aber der Kampf beginnt the nearest ja er kriegt auf jeden Fall schon mal Schaden lassen wir mal kurz weiterlaufen puh ich dachte das wäre gerade ein Zwerg der da hingeflogen ist aber es war noch irgendwelche Spucke schon wieder oh das Ding blinkt orange Wunden oh einer von uns ah nee das ist das Viech das Viech ist fast tot sehr schön wir haben fast keinen Schaden bekommen ja so macht man das ja doofen Hilfen und 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 kann schauen bringt das Viech um okay was sagt das Lock zack die Bestie wird zornig lauter Leute prügeln auf ihn ein wir hatten ja Golle auch in die Richtung beordert und da er Militär ist hat er auch angegriffen unbewaffnet wie er ist und beißt die Bestie mit der tödlichen Spucke und hat sich festgebissen okay sehr tapfer Golle wenn du das überlebst wirst du auf jeden Fall der Anführer vom zweiten Hammerdruck sehr schön totgebissen von einem Zwerg oh da fliegen Knochen die linke Hand von der Bestie und da ist jede Menge Goblin Blut dran scheinen schon mal ein epischer Kampf zu sein ich würde nur gerne zugucken das ist alles noch von einem Esel ja hier sind eigentlich nur Nachrichten dass die Zwerge ihn treffen aber er macht fast gar nichts nur ab und an dann spuckt er mal ja trifft recht selten das scheint echt ein ganz schön erbärmliches vorgottem Biest zu sein und ist jetzt wohl auch tot so was haben wir denn da rechter oberer Arm Salz ach so das Ding bestand ja aus vollkommenem Salz jetzt haben wir überall Salzhaufen die noch Körperteilen benannt werden auf welchen Stockpile bringt ihr das das will ich jetzt sehen nach oben nach oben nach oben Knochenstockpile sehr kurios K rechte Hand information dies ist eine rechte Hand hat einen Wert von 0 na gut das Viech ist tot wir haben jetzt richtig gesehen hat niemanden verloren das ist schon mal sehr gut nirgendwo eine Todesnachricht sehr schön also unsere Miliz hat es langsam richtig drauf S-Shift-A O S-Shift-B O alle nach Hause gehen sehr gut ja schade dass es mit den Elfen nicht ganz so geklappt hat wie ich es gerne hätte jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause und in den nächsten Folgen fangen wir dann an mit dem ganzen Aufräumen die ganzen Sachen Claim die Türen wieder aufbauen die Kipi Fallen ersetzen und so weiter und so weiter aber das machen wir halt wie gesagt gleich erst bis denne